Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Feed the Beast mit AK3FIRST Und... ...Lock Shredder Hallo Yo Akka, brought back to light Genau Live So ich hab jetzt... Ja Ich hab jetzt im Internet nachgeschaut Wie man den Maserator... Maserator... Wie auch immer das Ding heißt... Baut Maserator Und zwar... Ja genau Brauche ich dafür Flint Ich brauche einen Maschinenblock Ich brauche jetzt heißen Die sind hier weißen Die sind hier weißen Rubbertrey weißen Ah... Wie macht man einen Maschinenblock? Märchen... Märchen... Märchenblock da Ok, Refined Iron brauche ich Dafür brauche ich insgesamt mal Iron Und das ist da oben Jeder der siebte Das müssen wir einfach nochmal brutzeln Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht... Nein! Eins zu viel! Eins, zwei, drei... So... Weil eins ist ja schon in Arbeit Deswegen sieben Eins... Ok... So... Dann kann ich das da schon mal wieder oben reinpacken Und da... Gut... Ok... Was... What are you doing now? Äh... Also ich baue hier unten unseren Maschinenraum weiter raus Ok... Nice... Und mir ist was aufgefallen Ich hab Scheiße gebaut Besser gesagt nicht ich hab Scheiße gebaut Sondern wir haben vorher Scheiße schon gebaut Ok... Was haben wir getan? Wir haben den Raum... Äh... Das ist kleiner als das obere Haus gebaut Electronic Circuit... Da haben wir... Oh ok... Das ist nicht so gut Ja... Aber nur auf der Seite wo nicht der... Da brauchen wir einmal sechs... Copper Cable... Ok... Dann mach ich mal kurz Copper Cable, Copper Cable, Copper Cable... Copper Cable... Da bin ich immer voll an Copper Cabana und weiß ich nicht so... Ja... Ja... Leg da irgendwie nach... Ich weiß noch nicht mal was Copper Cabana ist... Stimmt... Weiß ich auch gar nicht... Ah... Jetzt kommt mal wieder meine Ein-Frame-Phase... Nein... Bitte nicht... Zuck... Also geht das so? Ne... Ähm... Ähm... Wie geht das nochmal? Na... Wie sieht's mit deiner Framerate aus? Geht's? Drei... Oh Gott... Okay... Ich mach jetzt mal Aktionen... Ich brauch Red... Jetzt mach ich mal auf... Da... Zack... 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 Red... Dann... Ne... So... 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 Uah... Ich hab ein gutes... Zeugnis... Ja... So... Mace Rater... Geht da oben... Ah... Ne... Davon baue ich aus dem Maschinen-Bug... 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 die ganze Zeit sehen muss, aber immer so ein kleines Röntgespieler in dieser blöden Welt. Shit, wo habe ich das Metall hingetan? Teilweise. Oder wie jetzt, muss ich jetzt leider einfach einen kleinen Cut machen und... Jo. Seja. So! ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank.